Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Ich habe eine gute Idee. Hier ist die Position von... Also wenn man so etwas vorgibt, das heißt, dass man die Anrufe von uns nicht sagt, dass man das nicht anruft. Das Sie jetzt sehen, ist die Positionstraining, die Thun, die Menikersaison, der Rotenbücher, der Einsatz und man muss die Klasse ziehen. So, da unten die Klasse zu sagen, ist der Hund als letztes Element ein Stillfaktor. Aus diesem Grund möchte er auch, dass der Hund hier ins Platz geht, dass er wirklich auf seine Manipulationen mit dem Partner konzentriert hat. Ein 100%iger Lohn ist hier ganz, ganz wichtig. Wir brauchen die Sequenzen, die Sie jetzt sagen, in der Gebäude zu gehen, wo man auch noch sieht, ob wir das für einen so ein bisschen vor uns kommen, in den Streifen. Zumindest das mit der Zweifel nach oben. Sie haben gerade gesehen, dass Sie das trainiert haben, aber nur ein bisschen mehr an. Wir haben zu der dritte Tektik. wir müssen von der Datenschfon eine systems constructiv, aber dasengo الك klüpf des物 Numbers, als etwas die VIR... ...ik stal Dr. 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 Eponow, Vielen Dank. 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 ... 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